Oh, Dörbe Galerie Exfoli, was kann ich für Sie tun? Aha, das gibt's ja nicht. Ich hab gewusst, dass Sie dran sind. Gerade wollte ich Sie auch anrufen. Was für ein Zufall. Ach, was rede ich? Schicksal, Fügung, Fatum. Ich meine, Sie und ich am Telefon, das ist ja der Wahnsinn. Echt spitze. Ich freu mich ja so. Sie haben ja bestimmt viel zu erzählen. Mann, bin ich gespannt. Sprechen Sie.